Eine Auftragsvergabe zur Beseitigung von Unfallspuren erfolgt heutzutage meist ausschließlich noch über das Telefon. Dann beginnt der Papierkrieg, denn Formulare und Belege in vielfacher Ausfertigung zur Dokumentation der Verschmutzung gilt es dabei mitzunehmen und auszufüllen. Ein Sammelsurium von Werkzeugen und technischen Geräten, die der Außendienstmitarbeiter mit sich führen muss, ergänzen das Chaos. Ganz nach dem Motto, das Zeitpad denkt und der Mensch lenkt, haben wir jetzt diese Arbeitsweise vereinfacht. Denn das Zeitpad selbst führt jeden von der Auftragsannahme bis zu dessen Abschluss durch den Fall. Das Reinigen der Straße kann der Disponent live vom Büro aus mitverfolgen und kann bei Unklarheiten durch Sichtprüfung via Zeitpad-Server sofort reagieren. Der Einsatz der Mittel wird dadurch optimiert, denn ein Live-Bild vom Einsatzort sagt mehr als tausend Worte. Oft ist im Stress vor Ort eine lückenlose Unfalldokumentation nur schlecht, umständlich oder überhaupt nicht möglich. Neue zeitgemäße und innovative Lösungen zur Arbeitserleichterung, Umfang und Ablauf der Dokumentation, sprich verbesserte Arbeitsabläufe, sind hier längst dringend notwendig gewesen. Dank dem Zeitpad behalte ich an jeder Einsatzstelle meinen Überblick. Und das alles geht ganz simpel und einfach. Eine tolle Sache. Die Lösung liegt in einer computergestützten mobilen Anwendung, in die alle einzelnen Werkzeuge zusammenfließen. Durch die Tatsache, dass die dabei angewandte Software in engster Zusammenarbeit mit Abschleppunternehmen entwickelt wurde, liegt immer eine ordnungsgemäße sowie exakte Arbeitsanweisung und somit ein lückenloser Arbeitsablauf zur Ölspurbeseitigung vor. Deren Umsetzung ist jederzeit vom Büro aus überprüfbar. Versicherungen sind damit sozusagen immer an der Einsatzstelle mit dabei und können den Verschmutzungsgrad am Einsatzort selbst einschätzen. Ermöglicht wird das durch ein Live-Bild, welches am Unfallort erstellt, über den Zeitpad-Server zeitnah abrufbar ist. Ist der Unfallort gesäubert und geräumt, ist auch die gesamte Dokumentation beendet. Die wirtschaftlich unproduktive Zeit im Büro nach der Fahrbahnwiederherstellung, die gebraucht wurde, um die Bestandteile der Dokumentation zusammenzufassen, fällt jetzt weg. Die zwei Kilo Papierkrieg pro Urspur sind überlebt. Die gute Stunde Nachbearbeitungszeit im Büro. Der Papierkrieg, das zusammenfassende einzelnen Dokumentationsunterlagen für eine Ölspur hat dank Zeitpad nun ein Ende. Die umständliche, unstrukturierte Suche nach archivierten Daten, dem richtigen Blatt Papier bei Nachfragen, gestaltet sich mit der Hilfe einer computergestützten mobilen Anwendung ebenfalls einfacher und überschaubarer. Der Kugelschreiber für die unvollständige und zeitraubende manuelle Datenerfassung war damals ebenso wie das restliche Sammelsurium von Werkzeugen und technischen Geräten. Heute ist dank des Zeitpads die umständliche Arbeitsweise Vergangenheit. Einfache Arbeitsanweisungen, lückenlose Kontrolle und eine dadurch verbesserte Kommunikation vereinfachen die Zusammenarbeit zwischen Ölspurbeseitiger und Versicherung. Die genormten, strukturierten und überschaubaren Dokumente erstellt mit dem Zeitpad. Die gleichbleibende Qualität der Aufarbeitung sowie die genaue Zeit- und Zielführung machen diese innovative Arbeitsweise absolut versicherungskonform. Es galt bislang, erst eine lückenlose Dokumentation zu erstellen, dann gibt's Geld. Nur einwandfreie Berichte, die jederzeit kontrollierbar sind, führen zu einer schnellen Entlohnung. Je mehr und je schneller Informationen fließen, umso schneller fließt auch der finanzielle Ausgleich. Zur Vereinfachung dieses Dokumentationsprozesses sowie zur Beschleunigung des Datenflusses wurde das Zeitpad konzipiert. Darüber hinaus werden durch eine exakte Einschätzung des Verschmutzungsgrades vor Ort mit Hilfe des Zeitpad-Servers auch noch bislang unnötige Zusatzkosten vermieden. Das Zeitpad bringt die absolute Optimierung bei der Dokumentation einer Ölspurbeseitigung. Nutzen auch Sie die Vorteile des Zeitpads. Mit der Zeit gehen und Zeit sparen, dank dem Zeitpad. Denn Zeit ist Geld.